Bisschen so wie 5th and 7th Wir kommen nicht mal um die erste Turmeldung Die ganze Zeit auf den Arsch gucken Achtung 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 Ach schön, wie wir getroffen haben. Ja, genau. Oh, hallo. Das macht dann mit dem Zimmer raus. Das ist einfach die ganze Schale. Wenn du das Hund in irgendjemandem trägst, dann würdest du sagen, die Kinder sind... Das hat er mal gewagt hier. Oh, super! Ja, ne? Ja, ne? Wendig dich gekurriert! Ja! 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 Dann sind wir jetzt hier! Na gut, ich kann hier! Das ist ein paar andere Leute zu machen! Das ist ein paar andere Leute! Danke.